vor allem wie die fliegen die jungs so wollen wir das moped nehmen und wollen mal gucken wir müssen durch diesen ausgang hier durch ich fürchte das heißt nichts gutes und minimap auf ok dann ist der hier drüben drinnen der neben rastmenke wollen wir eben nicht wir wollen erst mal die hier machen ja genau hier drüben sind die welpen auch hier war schon einer morden ein welby hinter uns guck mal drachen welby schön von hinten in den arsch geschossen habe ich ihm so hier irgendwo wird gleich was blinken ach da geht's rein dann folge mir auffällig nehmen den weg hier frage mich manchmal wer bei euch beiden die größere ratte ist ja ich weiß oh hier war aber viel drin so wo liegt denn der mist hier habe ich hier verfangen irgendwo hier unten muss der mist liegen ach da unten links ja na der schnupftabak ja die welt ist voll von ratten also auf dem feuer zu sparen sagt ihm das sondern gute dummer die schnupftabak weg ich hau die mobs um perfekte arbeitsteilung ist wie in der arbeit da sind nur andersrum ne ne ja warum hat der arsch gekratzt oder was lol ja ja hm das schöne ist gleich wir können dann über den morasswinkel zurück ach wir brauchen ja ja müssen wir ja auch ich weiß nicht wie es mit dir ist aber wir brauchen noch den ein oder anderen mob hier da hinten geht es weiter immer abwechselnd nicht meistens immer ich bin jetzt aber gerade bei der armee der schwarzen gold drachen da müssen wir erstmal fertig machen wie viel fehlen denn da noch bei der armee der schwarzen gold drachen armee der schwarzen gold drachen da ist mindestens nur einer auf ein so eine schuppe ist noch offen bei dir nee nee das ist was anderes wir müssen ich bitte jetzt müssen wir zurückkasparen wahrscheinlich wenn es ein so ein blöder bandschuppe fies und aua sorry warum ziehst du denn den nimm doch deine umwelt mal wahr leider nichts wie aufsatzlein als wir tatsächlich runter zurück wie ätzend jetzt machen wir erstmal gerade die haben wir erst die drachen hier vielleicht ist dann hier unten respawn und dann lebt die die aufgabe von selber fies und fertig weil die hier in der nähe ist mit die blöde schuppe müssten wir zurückreiten also machen wir lieber erst die quest und warten bis die anderen respawn ja du musst trotzdem so ein bisschen durchblicken habe ich dir ja nur schon erzählt mit dem das vergebene liebesbrühe aber wir werden eh nie zusammen raiden von daher macht das ja sinn du wirst du der wo w quester glaube ich ja ja steig ein steig ein ohja die instanz sie ist natürlich ja wirklich gemein hoffentlich machen wir bald souverak das wäre geil wenn du 40 bist machen wir souverak das sind zwei level die wir da machen so zwei stück von jedem noch kackviechern wo bist du denn auch als ach da bist du wieder war ja klar man lässt da immer aus den augen dann mal rein in die gute stube wenn die scheiß drachen wir brauchen noch zwei von jedem ich habe fünf und sieben jeweils ach guck mal hier da ist da so ein typ den wir noch brauchen das ist ja ganz wunderbar damit die quest auch fertig das riecht nicht gleich da kannst du dich drauf verlassen ja jetzt brauchen wir nur die blöden herzen und zunge ja das sind ruhig vorrecken der kriegt einen schlag vor die schnauze und dann läuft er wieder pass mal auf das sind alles die viecher da sind die viecher die wir brauchen komm mal her du blöder welpe und du auch so müllsack kämpf mit dem vorhandenen grob zeug du machst hier keinen flammen atmen so haben wir die beiden gelegt jetzt fehlt mir nur jeweils eins die fehlen jeweils zwei kann ich mir überhaupt nicht vorstellen hast du einmal nicht gelootet oder was kann sein ja hier ist schon mal so ein verkackter welpe hier oben haben wir eine bessere aussicht der blöde sack wollte abbauen hast du gesehen er bleibt schön hier so also ich habe alles ich habe sieben von sieben oh das ist schlecht weil dann sehe ich die jetzt nicht mehr in meinem quest das ist schlecht und wir müssen nur noch eine machen und daneben ist Brackenwäsche und ein Morastwinkel hast du sie alle du musst nach roten leuchtenden ausschau halten ne genau genau da hinten genau guck mal ob du zweimal sieben hast da hat auch nichts drinne wo denn ah ja ich sehe ihn ich habe ihn hergeholt so hier ist noch einer tot das ist ja auch was für dich drinne hast du alles das gibt es doch gar nicht guck mal ob das hier vielleicht bei mir hier drin ist wunderbar so dann würde ich sagen steck mal ein dann fahren wir in den Morastwinkel und da fliegen wo der Brackenwall und dann schlägt es richtig funken das steht jetzt wirklich funken wollen wir jetzt erstmal einen Flugpunkt hier der ist nicht ganz unwichtig äh warum das ist sehr wichtig das darf man nicht vergessen du kannst du kannst aber du hast immer eine Ausrede immer sind es die anderen wie bei anderen gewissen Leuten da sind es auch immer die anderen ne so jetzt geben wir hier mal erstmal das Fragezeichen nur ab wir nehmen die neuen Questen mal noch nicht an wir gehen nochmal kurz hier rein dann hast du mal wieder eine Quest nicht angenommen dazu meinen Glückwunsch steig rein und dann wundert sie ich bin innen dran ich bin innen dran so dann fliegen wir jetzt von hier nach Brackenwall ne ja wie immer eigentlich Brackenwall Brackenwall der ist direkt da drüber der Flugpunkt und dann geht es richtig zur Sache dann geben wir glaube ich 4 oder 5 Questen ab dann schlägt es funken das kannst du auf Stufe 60 kannst du selber fliegen ja ja da kannst du schnell reiten hmm wollte ich nur heiß machen was haben sie Drogen genommen haben sie Drogen genommen das freut uns auch wenn du uns ein bisschen Angst machst so 4 Fragezeichen habe ich hier ich hab mir nur 3 Cronen gleich ah hier gibt es aber viele Quäest zum abgeben Geil. Und nimm schon alles an, was du annehmen kannst dann. Geht's jetzt. Hier drin ist auch noch einer. Oh, 9000 TP gibt es bei dem dicken Ogre hier drin. Ja, an dem kannst du auch direkt, ja. So, und ich würde sagen, wir machen hier dann auch einen Cut, wenn ich auf die Uhr gucke. Und beim nächsten Mal brennt hier weiter die Luft. Liebe Leute, wir sagen erst mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020